Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Master Builders und wir müssen bauen, abwarten, abwarten, ein Toaster? Ein Toaster? Wir müssen einen Toaster bauen? Ein Toaster, ja. Ich denke. Gott. Wie baut man am besten einen... Mal gucken. Oh Gott. Oh Gott. Wollen wir das in 5 Minuten schaffen? Oh Gott. Ich habe hier gerade einen. Oh Gott. Gott. Äh. Quarz. So. Quarz. Zäune. 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 Nehme ich mal das. Dann fangen wir mal an. Hier so. Keine Ahnung. Oh Gott. Die ersten quitten. Das ist aber auch ein scheiß Thema, muss ich sagen. Du kannst da halt echt bauen ohne Ende. Und kriegst nichts in 3 Minuten noch. Ich werde eh nicht gut platziert. Das weiß ich jetzt schon. Ich baue da mal so ein bisschen schief auch mit rein. Alter. Drei Minuten. Hilfe. Obwohl. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Okay. Das wird so unfertig. Die quitten die ersten... Hilfe. Weil sie wissen, dass sie nicht fertig werden. Ich denke zwar auch, dass ich nicht fertig werde. Aber ich versuche mein Glück. Oh Gott. Das wird der hässlichste Toaster. Das wird der hässlichste Toaster, den es gibt. Oh Gott. Oh Gott. Das wird so hässlich. Zwei Minuten noch. Obwohl. Vielleicht. Hier dann so ein... So ein Ding. Und dann ist er immer da. So ein bisschen. So. Und dann diese Zäune. Diese Eisen... Eisenstangen. Hier genau. Hier so Eisenstangen irgendwie. Dass das hier so symbolisiert wird. Dass die hier... Waren da in der Mitte nicht auch sowas? Ich glaube, das wird sogar in die Luft gesprengt. Ich weiß es nicht. Das wird so 100% in die Luft gesprengt. Weil ich nicht fertig werde. Eine Minute noch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Okay. Ich kann einen Glück den Boden nicht abbauen. Oh Gott. Hier ist er... 30 Sekunden. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der ist so hässlich. Der ist so hässlich. Brot. Gott. Nee. Oh Gott. Der ist so hässlich. Der ist so hässlich. Der ist so hässlich. Scheiße. Der ist so hässlich. Time is up. Das wird so 100% in die Luft gesprengt. Fälschwür. Wetten. 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 Es hat überlebt. Es hat überlebt. Es hat überlebt. I love. I love. Tass. Ach Toast. Ach das soll Toast heißen. Den. Wollte ich noch bewerten. Tass. Das ist meh. Das ist meh. Das ist meh. Nach meinem Geschmack. Also das ist meh. Ja. Okay. Ja. 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 Okay. Obwohl. Obwohl. Ja. Ich fand ihn jetzt nicht so gut. Ich witte direkt. Oh. War. Ja. Animation. Nein. Gut. Also. Ja. Ich weiß nicht. Meins hat mich auch nicht vom Hocker genommen. Ich hätt mir auch nichts Gutes gegeben. Aber als. Besser als das. Sollte es hoffentlich schon sein. Ich. Ja. Okay. Sind noch welche da? Ich weiß nicht. Ja. Gut. Okay. Der hat gewonnen. Okay. Ich bin von denen. Die nicht explodiert sind. Letzter. Hm. Ja. Hm. Hm. Ja. Gut. Der Toaster war aber auch protestlich. Ich war glücklich. Dass er nicht. Exkludiert ist. Ich würd sagen. Das war's für die erste Folge Masterbilders. Wir sehen uns. Tschüss. Das war's für yourcientist. Bis zum nächsten Mal. ешьlärasch. Ich schlarge. Da ist ein. Das war's für die erste Mal.